Und ja, das harmoniert einfach. Hoffen wir, dass sich das auch in den nächsten Minuten wieder so zeigen wird. Während er hier dann verrohen zu lassen, während Niel sich hier den nächsten Ball klaut und für drei abdrückt. Und das erfolgreich, das sind die berühmten Pres Puntos von unserer Nummer neun. Und Marvin legt sich seinen Gegenspieler zurück und findet seinen Weg durch zwei durch. Und da lässt er auch direkt die Muskeln spielen, ebenso die Fäden ziehen zu können wie unsere Nummer neun. Und Marvin im Einer gegen alle erfolgreich. Unfassbar. Das war gerade die Nummer sieben Milutinovic. Ja, und bei ihm wird es in der Tat auch so sein, dass er das öfter mal abgibt. Und Robert Heise hier, als auch offensichtlich. Ich glaube, das wird hier noch sehr lange spannend bleiben. Und jetzt versucht es Marvin da mit aller Macht unten zu erzwingen und sagt, ja, so hat sich das unser Coach sicherlich nicht vorgestellt. Aber sei es drum. Sehr schöne Aktion da von Niel Angelatz. Eine Augenweide. Ja, starte jetzt ein bisschen statisch und wichtige zwei Punkte von Niel Angelatz, der hier wieder Verantwortung übernimmt. Und Niel mit seinem nächsten Dreier. 37 zu 35. Erneut wichtige Punkte. Gleichwohl freuen wir uns natürlich, wenn er derart erfolgreich aus allen Lagen abdrückt, so wie es Lewy jetzt hier auch tut. Von der Dreierlinie. 40 zu 35. Super Pass. Schöne Drehung von Robert. Starker Babyhook da. Über die rechte Seite des Brettes. Säge Drehung von Robert. Starker Babyhook. Untertitelung des ZDF, 2020